Hallo zusammen, hier ist der Calvin und in diesem Film geht es um eine Neuerung in Lightroom 6 bzw. es geht um meinen HDR-Workflow mit Lightroom. So, Lightroom 6 ist endlich am Start und in diesem Film zeige ich euch meinen Workflow mit Lightroom, was das Erstellen von HDR-Aufnahmen betrifft. Ich hatte die Möglichkeit jetzt mit Lightroom 6 schon einige Zeit zu arbeiten. Das liegt nicht daran, dass ich eine illegale Version habe, sondern ich bin einem Beta-Programm und habe in meinem Urlaub jetzt in Ägypten einige HDRs erstellt und auch bearbeitet und kann euch jetzt also wirklich gutes Feedback geben, wie ich die HDR-Funktion in Lightroom 6 finde bzw. ich will euch jetzt zeigen, wie mein Workflow aussieht und zwar komplett. Also sowohl Lightroom als auch ein bisschen Photoshop, sodass ihr seht, wie bearbeite ich meine ganzen HDR-Bilder, worauf achte ich, dass ihr meine Gedanken versteht und so weiter. Also lehnt euch zurück, schaut es euch mal in Ruhe an, macht euch ein paar Notizen, was entscheidend sein könnte. Ich zeige euch jetzt mal das Bild, um was es geht. Das ist ein Bild, welches ich am Pool gemacht habe im Urlaub und ja, das ist jetzt so eine klassische HDR-Aufnahme, die mir persönlich ganz gut gefällt. Ja, noch relativ natürlich gehalten. Also ein HDR soll in meinen Augen ja immer so ein bisschen nach HDR aussehen, also für meinen Geschmack. Das ist noch verhältnismäßig natürlich und ich will euch jetzt zeigen, wie so ein Workflow eben aussieht. Und dafür habe ich mir eine Sammlung angelegt und in dieser Sammlung seht ihr jetzt hier die drei Bilder, die ich erstellt habe und aus diesen drei Bildern werden wir jetzt genau dieses HDR Schritt für Schritt quasi erstellen. Okay, zuerst einmal, wenn wir uns jetzt die Bilder anschauen, dann seht ihr jetzt zwischen der ersten Aufnahme und der zweiten, da gibt es so eine leichte Verschiebung. Das liegt daran, dass ich frei Hand fotografiert habe. Ich ziehe es natürlich auch vor, mit einem Stativ HDRs zu erstellen, doch gerade im Urlaub hat man nicht immer ein Stativ dabei und so war es auch hier. Das heißt, ich habe das Ganze frei Hand erstellt. Ihr seht auch von meinen Kameraeinstellungen, naja, Blende 2.8. Normalerweise, wenn ich jetzt mit Stativ fotografieren würde, würde ich ein bisschen mehr die Blende schließen, aber das ist jetzt erstmal egal. Das Bild ist geil geworden und das zählt. So, wie sieht das Ganze jetzt aus? Zum Fotografischen vielleicht noch ganz kurz. Ihr seht, ich habe mit drei Aufnahmen gearbeitet, eine korrekt belichtet, eine zu dunkel, eine zu hell. So, von der Blende müssten die sich um ungefähr eine oder eineinhalb Blenden unterscheiden. So, wie sieht jetzt die Bearbeitung aus? Das zeige ich euch jetzt. Ich werde zuerst einmal diese drei Bilder mit gedrückter Shift-Taste markieren. Und wenn man jetzt mit einem Rechtsklick auf eine dieser Miniaturen klickt, dann sieht man jetzt schon den Dialog Zusammenfügen von Fotos. Und ihr seht jetzt hier die neue Option HDR. Ihr seht auch, es ist Panorama dazugekommen. Darum kümmern wir uns vielleicht mal in einem anderen Film. Jetzt geht es erstmal um die HDR-Funktion. Die HDR-Funktion ist hier sehr minimalistisch. Man hat nicht allzu viele Möglichkeiten. Man kann natürlich später noch in Photoshop mit HDR, da gibt es auch jede Menge HDR-Funktionen, mit HDR-Tonung und so weiter. Da gehe ich jetzt gar nicht drauf ein. Das braucht man gar nicht. Ich nutze für viele HDRs, wenn sie künstlich aussehen sollen, auch gerne mal ein Plugin wie Photomatix oder wie auch immer. Es gibt ja auch einiges von Nik Software. Aber in dem Fall habe ich wirklich jetzt nur Lightroom genutzt, beziehungsweise noch einen kleinen Kniff mit Photoshop. Den zeige ich euch gleich. Ihr könnt euch jetzt die Überlagerungen anzeigen lassen. Also die Geister-Effekte nennen die Lightroom. Und da gibt es dann verschiedene Stufen. Ich klicke mal hier auf Mittel, dann seht ihr, dann wird eigentlich weniger beseitigt. In dem Fall wurden die Aufnahmen jetzt schon sauber übereinandergelegt. Also ich konnte jetzt hier keine Geister-Effekte groß sehen. Von dem her ist es, glaube ich, nicht notwendig, hier auf hoch zu gehen. Aber ihr könnt es ausprobieren. Ich habe da jetzt keinen gravierenden Unterschied festgestellt. Keine Qualitätsreduktion oder wie auch immer. Von dem her, ich klicke jetzt mal auf OK und wähle dann einfach Zusammenfügen. So, und jetzt werden aus diesen drei Bildern, die werden jetzt quasi zusammengefügt, zu einem HDR. Und ihr werdet gleich sehen, es kommt ein sehr ordentliches HDR heraus. Lasst euch jetzt bitte nicht von der Geschwindigkeit von meinem Rechner täuschen. Ich bin erst einmal am Laptop unterwegs und zweitens mache ich noch eine Desktop-Aufnahme. Ich bin aber mit der Geschwindigkeit eigentlich relativ zufrieden, wie die HDRs dann erstellt werden. Es geht aber noch ein bisschen schneller, wenn ich dann keine Desktop-Aufnahme mache. Gut, so, jetzt haben wir das HDR-Bild. Da ist es. Ich gehe direkt mal in den Entwickeln-Modus. So, ja, so sieht es aus. Ich bin da eigentlich schon sehr zufrieden. Wir haben überall genügend Zeichnung im Bild. Ja, die Schärfe ist vorhanden. Die Qualität ist in Ordnung. Also, alles bestens soweit. Und jetzt zeige ich euch mal so ein paar Grundoptimierungen, die ich jetzt bei diesem Bild machen würde, manchmal mache. Ich kann es euch jetzt nicht mal genau sagen, wie es jetzt beim Originalbild war. Ich werde zuerst mal das Bild vielleicht so ein klein wenig gerade ausrichten. Das war schon eigentlich relativ gerade fotografiert. Ich nehme vielleicht noch ein bisschen mehr Himmel dazu. Ja, ich glaube, das ist schon fast ein bisschen zu viel gedreht. Nehmen wir das mal so. Viele würden jetzt auch noch auf eine Objektivkorrektur gehen. Das könnt ihr alles noch machen. Ich konzentriere mich jetzt mal auf die Farb- und auf die Bildwirkung. Was ich sehr gerne bei Landschaftsaufnahmen mache, um auch nochmal ein bisschen so diesen HDR-Eindruck zu bestätigen, ist, mit Lichter und Tiefen arbeiten. Ihr seht schon, die Lichter, die sind jetzt sehr stark abgedunkelt. Die Tiefen kann ich hier noch ein bisschen auffällen. Und das unterstützt meiner Meinung nach noch sehr gut den HDR-Effekt. Dazu zeige ich euch gleich noch einen kleinen Kniff. Mit dem Klarheit-Regler arbeite ich eigentlich weniger. Den würde ich hier, wenn überhaupt, nur sehr dezent einsetzen. Was ich sehr gerne nutze ist, ich setze mir gerne einen Verlauf ins Bild. Gerade bei Landschaftsaufnahmen zum Beispiel einen von oben nach unten. Allerdings werde ich jetzt hier erstmal ein bisschen was zurücksetzen. Der stand hier noch auf meinem Preset-Sonnenuntergang. Ich würde hier wahrscheinlich nur ein bisschen abdunkeln von oben. Und jetzt könnte man noch einen zweiten machen, den man vielleicht ganz leicht von unten bringt. Vielleicht noch ein bisschen mehr Blau hinzu. Aber mir reicht es jetzt hier vom Himmel. Und der nächste Schritt, den ich machen möchte, das ist etwas, was ich fast bei all meinen Bildern mache. Ich gebe meinen Bildern immer so eine leichte Teiltonung. Meistens eine sehr warme Teiltonung. Das heißt, ich erhöhe in den Schatten die Sättigungen klein wenig. Ich ziehe es manchmal noch so ein bisschen ins Gelbliche. Ja, sodass ein bisschen mehr Stimmung reinkommt. Also ich mag die Bilder einfach, wenn sie etwas wärmer sind. Ich verpasse dem Bild auch immer eine Grundschärfe. Dafür habe ich auch meistens schon mein Preset. Aber man kann das hier auch manuell machen. Oder hier eben über mein Preset. Level 7 bedeutet einen Betrag von etwa 70. Dann hat das Bild einfach so eine dezente Grundschärfe. Es ist nicht überschärft. Und so sieht es schon mal ganz gut aus. Ein weiterer Punkt, den ich sehr gut finde, der das Bild auch meiner Meinung nach noch ein bisschen aufwertet, ist, wenn man die Ränder immer so ein klein wenig abdunkelt, also dem Bild eine leichte Vignette gibt. Ich achte da eigentlich immer drauf, dass ich das wirklich nur sehr dezent einsetze und dass die weiche Kante ziemlich hoch ist. Dass der Verlauf also auch sehr, sehr weich im Bild ist. Okay, so, das war Schritt Nummer 1. Und jetzt haben wir, so finde ich, ein vernünftiges, schönes HDR-Bild. Also wenn man das jetzt mal vergleicht mit der trockenen Aufnahme hier, mit den drei Bildern, da kam da jetzt schon was ziemlich Gutes heraus. Und jetzt will ich euch noch etwas zeigen. Und zwar mit einem Rechtsklick gehe ich jetzt auf das Bild und wähle dann Bearbeiten in Photoshop und zwar als Smart-Objekt. Das heißt, ich öffne mir diese Datei als Smart-Objekt in Photoshop. Das wiederum bedeutet, mit einem Doppelklick auf die Miniatur komme ich direkt wieder in die RAW-Einstellungen. Ich zeige euch das jetzt mal. Wenn ich jetzt mit einem Doppelklick auf die Miniatur hier gehe, dann komme ich jetzt in dem Fall in Kamera RAW. Aber ich sehe jetzt genau meine Einstellungen, die ich in Lightroom gemacht habe und kann die jetzt noch so ein klein wenig optimieren. Und was ich jetzt aber nicht machen kann, der Lichterregler, der ist ja schon auf minus 100. Das heißt, wenn ich jetzt noch mehr Zeichnungen in die Wolken bringen möchte, also den Lichterregler noch mehr nach links schieben, das geht nicht. Und den Tiefenregler, naja, den kann ich nur so ein klein wenig noch nach rechts schieben. Aber jetzt ist Schluss. Und da zeige ich euch jetzt einen kleinen Kniff. Und zwar, was ihr machen könnt, ist jetzt folgendes. Ihr wendet auf diese RAW-Datei, und das geht jetzt leider nur ab CC aufwärts, wendet ihr einfach den Kamera RAW-Filter an. Denn jetzt könnt ihr wieder die Lichter nach links bewegen und den Tiefenregler nach rechts. Das mache ich jetzt mal. Und jetzt bekommen wir hier noch mehr Zeichnung ins Bild. Ihr seht, das Ganze wird jetzt natürlich extrem künstlich. Ja, das müsst ihr wissen. Also je mehr ihr diese Regler schiebt, umso künstlicher wird die Aufnahme. Ich werde jetzt vielleicht noch ein bisschen weiß hinzubringen, noch ein bisschen schwarz abdunkeln, sodass es schön kontrastreich wird. Vielleicht die Sättigung noch ein bisschen raus, ein bisschen Kontrast noch rein. Also da lässt sich jetzt gerne auch ein bisschen experimentieren. Und ihr könnt auch hier wieder jederzeit die Teiltonung, hier noch ein bisschen Farbwirkung reinbringen. Und jetzt schauen wir uns das Ganze mal an. Ja, und so sieht dann im Prinzip mein finales HDR-Bild aus. Ich glaube, es ist noch nicht ganz gerade ausgerichtet. Da müsste ich jetzt nochmal dran gehen. Aber ihr bekommt jetzt einen wunderbaren Eindruck, wie mein HDR-Workflow aussieht. Viele hatten mich gefragt. Direkt jetzt in diesem Video verknüpft mit der Neuerung in Lightroom 6. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, hey, dann bitte einfach unter dem Film schreiben. Ich werde mir das alles durchlesen und werde euch dann die Fragen beantworten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Viel Spaß mit Lightroom und viel Spaß mit euren HDRs. Vielen Dank.